Hallo? Ist eigentlich noch irgendjemand da? Habib! Ebenz! Der Bürger! Entkürzt! Bin wieder da! Pfff! Alter, der gute Orität ist so das letzte Jahrzehnt, Alter. Mal abgesehen davon, dass die letzten vier Wochen so dermaßen schnell vergangen sind, als hätten sie niemals stattgefunden. Denken ich mir so, what the fuck ist denn da in der Zwischenzeit? Da hat alles gebasiert. Bethesda released zum 46. Mal Skyrim mit super-new Features. ULF! Der Rezo zerstört schon wieder umeinander, YouTube scheißten jetzt mit vier unüberspringbare Werbungen zu, in statt mit zwei, und endlich haben sein Lars ein scheiß Soundvig-Metal. What the fuck are you doing, Internet? Aufgeschissen. In kurz bin wieder da. In lang? Vielleicht interessiert's den einer oder anderen, was zur Hölle hat einen da in seinem Urlaub, oder haben's einen da in seinem Urlaub, als ich und Bürgerin. Absolut fucking gar nichts! Es weder ist ein totaler Hurensohn, ich weiß nicht, was die Scheiße eigentlich soll. Wir haben nix da, außer geraucht und gesuffe. So schlecht war's gar nicht. Da wollen wir zwar in Urlaub fliegen auf irgendeiner griechischen Insel, aber Gott sei Dank haben wir's dann doch nicht drüber. Entweder sind's abgefackelt, oder es war Lockdown. Darauf geschissen, Teppich auf, Einigkeit ins schwarze Loch wieder zugemacht, wer hat schon was zur Richtigkeit haben. Die große Frage ist, wir werden mal weiter. Grundlegend einmal, genauso wie wenn wir aufgehört haben. Never touch a running system. Hm. Das erste, was ich versuche, wird, dass ich mich wieder ein bissel bessern, wo es die Videos angeht, wobei so dermaßen schlecht war man eigentlich gar nicht unterwegs das ganze Jahr. Hm. Egal. Was weiß ich. Howtos, Gruzifix, euch fällt langsam, vielleicht wird uns sowas neiser, was weiß ich. Irgendwo, irgendwo, keine Ahnung, da soll sich der Zukunftsbürger drum kümmern. Der regelt den Shit. Natürlich geht's mit den Streams weiter. Ich fahre erst einmal nur Montag und Mittag, 20 Uhr. Eventuell wärmer in Richtung Herbst, wenn's mal wieder heiß, cold, wieder in Richtung Winter. Für die Spiele, die ein bissel länger dauern wird, fünf Stunden, keine Ahnung, vielleicht einmal ab und zu einen Samstag einhauen. Das soll ebenfalls der Zukunftsbürger entscheiden. Für was zur Hölle mache ich eigentlich das Video, wenn alles der Zukunftsbürger entscheiden soll? EGAL! Na, was würd man sonst auszocken? In vier Wochen spüren sie sie sowieso wieder ein, aber was weiß ich schon. Und heilige Kaspritzn, Alter, so mau die letzten Monate seit Januar, Februar waren da und nix Neues gekommen ist, umso krasser hagelt es vom Himmel herunter in die nächsten Wochen und Monate. Da hätt ich mir dann so Sachen gedacht, wie vielleicht Deathloop, Far Cry 6, da haben mit Sicherheit gar keiner Bock von euch drauf und Back 4 Blood. Gibt vielleicht auch zweimal einen ganz netten Community-Zock ab. So, Mr. Pimmeln, geht einfach fucking immer. Dann hätt mir Guardians of the Galaxy als net Story sprühe, das neue Call of Duty Vanguard für den Singleplayer, kann man es schon brauchen. Und dann kommt der Shooter, auf den wir vermutlich alle warten. Und Freunde der Sonne, ich lasse mich wirklich nicht auftypen, aber da kann es passieren, dass wir unseren Community-Server mieten. Peng, peng, mother frrrr. Der Horror-Oktober schaut leider etwas mau aus, ähnlich wie letztes Jahr. Ja, wir haben noch Visage Kapitel 4, ob das was ist, weiß ich nicht, das können wir uns vielleicht einmal anschauen. Aber an Halloween hauen wir natürlich wieder ein Special rein und natürlich mit der Fortsetzung von dem Ding, was wir letztes Jahr schon gespielt haben, Little Hope. Das heißt diesmal allerdings Ashes of Creation und ich bin ein absoluter Vollidiot, das heißt House of Ashes. Äh, naja, halt doch den Maul, du Arnungsloser. Und dann ist es soweit. Auf das, was, glaube ich, mehr als taft in der ganzen Community schon wird und ich es endlich geschafft hab dann, dass es aussitzt, bis der Neue da ist. Und ja, ihr wisst's, was ich mein. Hallo, Motherfucker. Hallo, Motherfucker. Bulldogoy, Alkos! Dann ist es aber immer noch nicht geil, weil es kommen dann noch so Sachen wie Jurassic World Evolution. Zwischen 2 könnten wir uns auch einmal anschauen oder Dying Light Anfang Dezember. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann hab ich die Hälfte, glaube ich, sowieso vergessen, was dazwischen noch kommt. Keine Ahnung. Ab in die Kommentare mit, auf was sonst da Bock geht's. Was darf man sonst in der Kommentarsektion? Ausseine schreiben, erster. Was labert jetzt der Typ da schon wieder 28 Minuten für eine Scheiße benannt? Wir haben uns doch nicht zum Trailer anschauen drauf. Wichtig zum Wissen ist bloß, jeden Montag, jeden Mika, 20 Uhr Livestreams, YouTube und Twitch. Weißt das eh, wie es ist. Und anfangen, werden wir morgen, 20 Uhr. Und da hab ich einen sehr lang gewünschten Special Guest da. Wir spielen mal eine Koop-Spiel. A Way Out. Die dürfen der eine oder andere kennen. Die Person, die da morgen dabei ist, die hat mir auch vor sehr langer Zeit, das kennen wirklich bloß die Ersten unter euch, glaube ich, gesehen. Und das hat mir sehr viel Blutschweiß am Training gekostet, dass das passiert. Wir werden sehen. Keine Ahnung. Mauläuten jetzt. Sehen wir uns morgen um 20 Uhr. Hört sich rein. Ich habe die Ehre.